Wir beide werden heute gemeinsam entspannt den Tag beginnen. Ich halte es wie immer kurz, aber intensiv. Bleib gerne im Bett liegen oder setze dich auf, wie du magst und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir bei jeder Ausatmung, alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Und nun stelle dir deinen perfekten Tag vor. Alles läuft ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Alle sind fröhlich. Alle arbeiten mit. Es gibt keinen Streit. Du bist nicht gestresst oder unruhig. Du bist ganz gelassen, fröhlich, entspannt. Und alles läuft so, wie du es geplant hast. Fange morgens beim Aufstehen an. Beziehe all die Menschen mit ein, die dich heute an diesem Tag begleiten werden. Schau in die lachenden, fröhlichen Gesichter. Umarme die Menschen. Sage ihnen, dass du sie liebst. Gehe jede Tätigkeit deines Tages durch. Alles, was ansteht. Und alles läuft ohne Komplikationen. Alles läuft so, wie du es geplant hast, wie du es möchtest. Und schließe den Tag dann mit einem entspannten Abend, der genau nach deinen Vorstellungen verläuft. Stelle dir auch gerne vor, wie du entspannt schnell einschläfst und eine ruhige Nacht hast. Und zum Abschluss möchte ich dir noch vier Affirmationen für diesen Tag mitgeben. Ich spreche sie vor, du sprichst sie nach. Gerne in Gedanken oder laut, wie du es möchtest. Bewege nun deine Füße und deine Hände. Strecke dich, strecke dich, wenn du magst und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne dann deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und starte dann deinen wunderschönen Tag. Musik Musik